Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute leider ein Thema, das gar nicht so aktuell ist, wie es scheinen mag, weil wir uns über das Thema Reform des Wahlrechts und Verkleinung des Bundestages ja nicht erst seit ein paar Wochen unterhalten, sondern seit Jahren. Wir hatten als Fraktion der Freien Demokraten bereits im Januar eine entsprechende Aktuelle Stunde aufgesetzt und ich finde es schon für dieses Hohe Haus traurig und peinlich, dass seit dieser Aktuellen Stunde kein Millimeter vorangekommen worden ist bei der Reform des Bundestagswahlrechts und das ist es sozusagen dieser großen Koalition. Und wir stellen fest, bis heute, bis heute liegt nur ein einziger Gesetzentwurf mit einer Drucksache vor und das ist ein Gesetzentwurf der Fraktion der FDP, der Linken und von Bündnis 90 Die Grünen. Die Vorschläge von Union und SPD beschränken sich ja auf Gastbeiträge und Interviews in verschiedensten Zeitungen, wo alle möglichen Modelle aufgewärmt waren. Aber Sie sind bis heute nicht in der Lage, mal einen konkreten Vorschlag in den Deutschen Bundestag einzubringen, über den wir hier reden können. Und Herr Kollege Heveling, ich bin es auch leid, wenn Sie sagen, uns fehlt die Zeit und jetzt ist alles ganz mühsam und schnell. Die Wahrheit ist, es ist Ihre Fraktion, die seit Jahren das Thema verbummelt, ausbremst und blockiert. Sie spielen eine besondere Rolle. Sie spielen eine besondere Rolle, weil Sie jedem Reformvorhaben eine Absage erteilen, bei dem auch Sie Mandate verlieren würden. Die Vorschläge, die Sie vorgelegt haben, führen dazu, dass alle verlieren, außer die CDU, CSU-Fraktion. Können Sie sich doch nicht ernsthaft wundern, dass wir solchen Vorschlägen nicht zustimmen können? Und Herr Heveling, zum Thema Direktmandate. Ich war mit der Kollegin Hasselmann und Ihnen letztes Jahr bei einer Podiumsdiskussion mit Staatsrechtsprofessionen. Und wenn Sie das hohe Lied auf die personalisierte Verhältniswahl singen, dann sind Sie auch so ehrlich, hier mal zu attestieren, dass ohne eine Reduzierung der Wahlkreise eine Verkleinerung des Bundestages in diesem Wahlrecht nicht möglich ist. Das sollten Sie mal Ihren eigenen Leuten erzählen. Kollege Brinkhaus, Kollege Rosse-Brömer sind ja heute gar nicht erschienen. Ich kann es verstehen. Man kann es Ihnen auch leidtun, weil das Problem der Unionsfraktion, dass eine Lösung im Weg steht, drei Buchstaben hat. Und zwar CSU. Diese regionale Kleinpartei aus Bayern blockiert störrisch jeden Kompromissvorschlag. Sie legen verfassungswidrige Vorschläge auf den Tisch. Und es kann nicht sein, dass Sie uns hier als Parlament so vorführen. Wir haben am 23. März in diesem Deutschen Bundestag eine Sachverständigenanhörung zu unserem Gesetzentwurf. Und die wird auch ganz klar und glasklar herausarbeiten. Es geht eben nicht, dass man durch eine Reform des Wahlrechts versucht, Mandate wiederzubekommen, indem man davor bei Wahlen verloren hat, sondern wir werden eine Verkleinerung nur dann hinkriegen, wenn auch alle Fraktionen bereit sind, auf Mandate bei der nächsten Bundestagswahl zu verzichten. Und auch hier spielen Sie eine unrühmliche Rolle. Es ist ein Armutszeugnis. Es ist ein Armutszeugnis, dass seit Jahren kein gemeinsamer Vorschlag der Großen Koalition da ist. Sie laufen sehenden Auges in eine Situation, wo wir bei der nächsten Bundestagswahl hier mit über 800 Kolleginnen und Kollegen sitzen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Containern arbeiten müssen. Das ist alles andere als verantwortlich. Und das werden Ihnen die Menschen in den Wahlkreisen auch sagen. Was wir erlebt haben von Ihnen in den letzten Monaten, waren peinliche Diskussionen aus der CDU-CSU heraus, welcher Abgeordnete der bessere ist, der direktgewählte oder der Listenabgeordnete. Ich kann Ihnen sagen, ich bin letzten Sonntag auf einer Veranstaltung, und Sie sessen mit 150 Bürgerinnen und Bürgern. Da war der direktgewählte Abgeordnete nicht anwesend, sondern nur der Listenabgeordnete. Was ist denn das für ein Verständnis von uns? Und ich muss zum Schluss der SPD, der SPD muss mir ja fast dankbar sein. Erst hatten Sie keine Meinung, und jetzt kommen Sie auf den letzten Metern und schlagen hier ein Brückenmodell vor. Aber auch Ihr Brückenmodell hat Defizite. Und der Oberwitz, der Oberwitz, Sie wollen nach der nächsten Bundestagswahl eine Kommission einrichten, um die Reform des Wahlrechts zu diskutieren. Haben Sie eigentlich mitbekommen, was in den letzten Jahren hier passiert ist? Wir hatten eine Kommission, die unter anderem an der Union gescheitert ist. Das ist doch keine Lösung, was Sie uns hier präsentieren. Unser Vorschlag liegt auf dem Tisch von FDP, Linken und Grünen. Wir wollen den Bundestag kleiner machen. Wir wollen die Vertretung auch durch Direktmandate sicherstellen. Und wir wollen, dass der Wählerwille weiterhin über die Zweitstimmen abgebildet wird. Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, der all dies beinhaltet, der dazu führt, dass dieser Bundestag deutlich kleiner wird. Wir hoffen auf eine Einigung. Aber seien Sie versichert, wenn diese Einigung scheitert, dann werden wir bis zur Bundestagswahl jeder Wählerin und jedem Wähler erzählen, wer für diese Messiere verantwortlich ist. Und das ist die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vielen herzlichen Dank.